5, 4, 5-5-3-Weize 8... Ey, ja. Mit Schnaph nicht. Ey. Was dennugg? Wie Wasser reingelaufen. die ist ja, falls man es auf der Kamera sieht, es hat auch viel Regen gegeben die letzten Tage, ja eben noch nachrichten, Hilfe, nachgerichtet, ja, mehr Markise brauchen wir nicht, super, wir haben unseren Platz gefunden ja, Stühle hin, ja, ok, kurze Vorstellung, bitte mir folgen, also dieser Platz, wo wir jetzt stehen, eigentlich, ja, sieht man ja, super Rasenfläche, alles befestigt, wir haben Strom Moment, da ja, und man ist eigentlich hier so, für sich, ne, ja, hat nichts, sieht man ja, Nachbarn zu tun und gar nichts, ja, macht eigentlich super, oh, und man steht hier, ich finde den Platz gut, ja, ne, wenn man sonst um diese Zeit auch nichts mehr findet, aber ok, so, hier werden wir jetzt grillen, ja, zum ersten Mal unseren neuen Grilltest, nein, zum zweiten Mal eigentlich Moment, da ja, und heute, also, da gab es einen Fehler und zwar hatte ich euch ja letztes Mal erzählt, dass das mit der Zündung nicht funktionierte und zwar ist das Problem, ich kann euch das nochmal zeigen, in diese Zündung, wenn man die abdreht, kommt einfach nur eine Batterie rein ja, bei sowas habe ich vorher auch noch nicht gesehen äh, ok, ich stecke sie jetzt rein wieder und es funktioniert ja, wir haben heute Glück mit dem Wetter, wie die Sonne scheint ja, ich denke mal, das sieht man leider auch zu gut auf der Kamera ja, ja, nu ne aber, ich finde, hier stehen wir gut, oder? ja, finde ich auch so, mal zu dieser Zeit, die wir jetzt sind, läuft das wohl ja ok ja dann werden wir jetzt mal eine Runde grillen ja braucht man euch, gefällt dieser Platz? den wir euch heute mal vorstellen ja, wie gesagt, viel zu sehen naja ja, gut, man steht hier direkt am Wald da sieht man es wir haben ja auch ganz rum wir haben hier sogar Wasser am Platz ja und da ist der Schlauch also ich kann direkt anschließen der Platz ist beleuchtet ja, wie halt Strom auch mit drin direkt und halt teils, teils man hat hier Masenfläche aber auch gepflastert genauso gepflastert umso weiter man hier hinten reinkommt ist sogar eine kleine extra gepflasterte Ecke ja wenn man das sieht da genau ja ja okay, jetzt haben wir euch steht da genau auf unserer Seite von Facebook, oder? weil es ist ja nun wirklich sehr interessant hier sehr schön hier und halt hier darf man noch stehen Facebook, Touren mit dem Wohnmobil ja könnt ihr ja mal schauen was lachst du da hinten so in der Ecke ja mal gucken wo das hier ist ja, das werden wir allerdings nur so grob erklären wo das hier ist weil da haben wir schon festgestellt das dürfen wir hier nicht oder? ja, das ist doch ganz gut so ja, das ist doch ganz gut so ja, das ist doch ganz gut so auf jeden Fall ist das so eine unserer Topplätze ne? ja für Zeiten wie diese ja jetzt kommen die Hähnchenteile auch nochmal mit drauf ja klein aber fein ja das Essen ist fertig ja ja das Essen ist fertig ui wir kriegen gerade den ganzen Nebel ab sorry ne? ja alles durch ja der Grill ist gut ja der Grill ist echt super das macht sich bewährt mal gucken wo es hingeht mal gucken wo es hingeht ich mache den allerdings jetzt nicht vorne nur aus sondern ich mache jetzt die Flasche direkt aus würde ich sagen geht am einfachsten ja jetzt haben wir natürlich das Problem heute es ist noch mächtig kalt mit draußen essen ist noch nichts und Kalli gibt mehreren Personen ist ok zurück gehen wir wohl besser ins Haus ja weil da haben wir alles soweit vorbereitet dann essen wir jetzt mal hier ja dann bis später und somit ist das Geheimnis unseres Platzes auch aufgelöst ja naja euch auf jeden Fall auch alles Gute und bleibt gesund haltet euch an das ja was man uns so erzählt ja was man uns so erzählt nicht rausgehen nicht zu viel Kontakt wir hätten schon alle schief gehen ja tschau 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 tschau